. 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 Ach, was? Da kommt bestimmt noch was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon Ende ist. Ah, ist kaputt gegangen. Schönes, kündigstreich, was du da hast. So, Diablo, jetzt gibts auf die Schnauze. Wenn er mal kommen würde. Ach. Hallo? Die sieben Ebel sind eins in mir. Oh, okay. Ich bin Eidio. Die Legion? Ja, du bist Diablo. Ja, jetzt bist du der Legion. Nicht genug Mut. Bleib hier. Ne, greif den Tyrannosaurus an. Nein, er hat mich. Los. Ja, was ist los? Ja, was ist los? Ja, du kannst so viel Schaden machen, wenn du willst. Wir machen mehr. Erstens das und zweitens verlierst du mal Heilkraft. Ja, ja. Nein, ich bin gefangert. Genug. Mein Schreckensreich wird dich nun verschlägen. Oh, oh, oh. Wenn ich jetzt hier... Was verlassen du jetzt? Ach du Scheiße. Durch einen Sieb über uns, wirst du ihm dein eigenes Reich zurückkehren können. Oh, oh. Doch in niemand ist jemals aus den Tiefen seiner eigenen Gänse aufgestiegen. Ja, ich dachte, was ging nur gegen dich jetzt gerade, die Katzin. Ja, ja. Du hattest recht. Da kommt noch was. Ja, ja. Shit, das sind wir. Oh mein Gott, ich... Ja, jetzt sehe ich es auch. Das bist du hier gerade. Oh. Oh. Toll. Ja, ich will. Und dich hab in den Chat geschrieben. Yeah. Yeah. Ich hab mich dann gewundert, warum ich nicht angreife. Yeah. Yeah. Heilung. Ah, jetzt campen wir gegen uns, oder wie? Schattenklo. Yeah, da flieg ich durch die Luft. Hiiii. Hahaha. Renne, du. Nein, er hat mich. Juhu, wir werden hier nie wieder erwachen. Kein Problem mit. Mhm. Ich mag's hier. Es ist gemütlich. Also... Ich hätte nichts... Da fliegst du schon wieder umher, ne? Ich hab mich umgebracht. Ich werde deine eigene Freundschaft nicht mehr verlieren. Gleich ist er tot. Nein. Als ob es das war. Das war es nie 100 Jahre. Ey, wir haben jetzt einen Schatten getötet. Nein. Dieses erbarmliche Licht muss aufgelöscht werden. Schlaf doch zu ihr Idioten. Alles, was du jemals kanntest. Alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben. Juhu. Ok. Kann ich auch mitleben? Ach du Scheiße. Bricht jetzt hier bald alles zusammen, oder wie? Keine Ahnung. Aufsache, ich stehe da, wo er mich gerade nicht angreifen kann. Nein, er hat mich... Yeah, friss ihn! Friss ihn! Jüngchen, das hat keinen Sinn mehr! Ist jetzt tot! Nein, er hat mich! Oh, guck mal! Er sterbt! Die Sau sterbt! Jaaa! Da ist er tot! hat noch nicht mal was gedroppt die sau aber das war nicht das ende ich kann noch mal zuschlagen ich wette oh level 32 1 2 3 4 mal selten blau ganz viel gold das war noch nicht das ende näe glaub ich ja auch nicht so hier reden wir mal mit dem der tag ist gerettet diablo ist besiegt und mit ihm alles böse seid euch da nicht so sicher das wahre böse stirbt niemals wirklich die zeit wird es zeigen aber das spiel zu werden was was ich glaube nicht dass das ende war irgendwie da fehlt noch was da kommt noch eine cutscene sind noch mal ruhig am ende war sein sterbliches herz das zwei welten vor dem untergang rettete und das oberste übel für immer besiegte da fehlt echt noch was da ist er weg was ist denn mit adriane die mutter die ist ja auch noch da also ich meine es ist der anbruch eines neuen tages für engel und menschen denn die größten verteidiger der menschheit die nephalem haben sich erhoben um die finsternis zu bekämpfen der wir uns in unserem stolz nicht stellen wollten lichtflash so später stünde tut das nie gut wir meine brüder ich nehme meinen platz unter euch wieder ein aber diesmal als sterblicher klar eine unsichtbare treppe da der gerechtigkeit heute genüge jetzt machen wir sichtbar jetzt werde ich nun die weisheit vertreten für diejenigen die alles riskiert haben um uns zu retten für immer werden wir einander zur seite stehen engel und menschen im lichte dieses glorreichen neuen morgens die spiel bis jetzt nicht zu ende herzlichen glück und sie haben diablo 3 durchgespielt ja und jetzt sind wir im menü so wer bis hierhin mitgeguckt hat liebe zuschauer ist entweder eingepennt oder einfach nur geistig zurückgeblieben ich verabschiede mich herzlichst ich bin ein bisschen müde von diesem let's play bis zum nächsten bis zu einem anderen video ich will doch nicht dass es endet doch tschüss tschüss d Vielen Dank.